Die vier edlen Wahrheiten bilden die Grundlage der buddhistischen Lehre. Sie sind der Kern von Siddhase Gautamas erster Lehrrede in Sanat, die als die Rede vom Ingängsetzen des Rades der Lehre überliefert ist. Die vier edlen Wahrheiten werden an zahlreichen anderen Stellen der buddhistischen kanonischen Schriften genannt. Es ist durch nicht verwirklichen, durch nicht durchdringen, der vier edlen Wahrheiten, dass dieser lange Kurs von Geburt und Tod weitergetragen und durchlebt von mir, wie auch von euch, wurde. Was sind diese vier? Da ist die edle Wahrheit über das Leiden, die edle Wahrheit über die Entstehung des Leidens, die edle Wahrheit über die Beendigung von Leiden und die edle Wahrheit über den Pfad der Ausübung, der zur Beendigung des Leidens führt. Aber nun, so diese verwirklicht und durchdrungen wurden, das Verlangen nach Existenz abgeschnitten ist, zerstört das? Was zu neuerlichem Werden führt und da ist keine frisches Werden mehr, dn 16 erste edle Wahrheit. Hauptartikel Dukka Das Leben im Daseinskreislauf ist leidvoll. Geburt ist Leiden, Altern ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Tod ist Leiden, Koma, Lamentieren, Schmerz und Verzweiflung sind Leiden. Gesellschaft mit dem Ungeliebten ist Leiden, das Gewünschte nicht zu bekommen ist Leiden. Kurz die fünf Aneignungen sind Leiden. Dukka wird meist mit Leiden übersetzt. Da der Begriff Dukka jedoch nicht so genau ist wie der deutsche Begriff Leid, werden in der deutschsprachigen Literatur zusätzliche Begriffe wie unbefriedigend, unvollkommen und ungenügend verwendet. Zweite edle Wahrheit Und dieses ist die edle Wahrheit vom Ursprung von Leiden. Das Verlangen, welches zu weiterem Werden treibt, begleitet von Begierde und Erfreuen, genössen nun hier und nun dort. H. Verlangen nach Sinnesvergnügen, Verlangen nach Werden. Verlangen nach Nicht-Werden S. N. 56,11 Die bekannteste und allgemein verständlichste Definition, wie man sie in zahlreichen Sanskrit-Texten findet, lautet wie folgt. Es ist dieser Durst, der neues Dasein und Wiedergeburt erzeugt und mit leidenschaftlicher Gier verbunden ist. Der hier und da sich ergötzt in Form von Durst nach den Lüsten der Sechssinne, Durst nach Dasein und Werden, Durst nach Nicht-Dasein, Selbstvernichtung. Dieser Durst dieses Verlangen sucht. Diese Gier offenbart sich in verschiedenster Weise und sind der vordergründige Anlass für die Entstehung von Dukka und für die Fortdauer der Wesen. Tannha ist nicht die erste oder einzige Ursache der Entstehung von Dukka. Es ist aber die unmittelbarste. Der Durst schließt also hier nicht nur das Verlangen nach Untängen an Vergnügen ein, er beinhaltet auf einer subtileren Ebene. Das Hängen an Vorstellungen und idealen Ansichten, Meinungen, Lehren, Begriffen und Glaubensvorstellungen. Laut Buddha entsteht alle Unruhe und Streit auf dieser Welt. Von persönlichen kleinen Zankereien in Familien bis zu großen Kriegen zwischen Völkern und Ländern. Nur aufgrund dieses selbst- oder nicht-selbstsüchtigen Durstes. Die Ursache für diesen unaufhörlichen Durst, dieses Verlangen, ist Unwissenheit. Und was ist Unwissenheit? Nicht über Dukka-Wissen, nicht über den Ursprung von Dukka-Wissen, nicht über Beendigung von Dukka, nicht über den Weg, der zu der Beendigung von Dukka führt, Wissen. Dieses wird Unwissenheit genannt. MN 9 als ursprünglichen Leidensgrund führt ein Großteil buddhistischer Schulen das Nichtwissen an, welches auch Teil der zwölfgliedrigen Kette des bedingten Entstehens ist. Nichtwissen um die Verbundenheit aller Dinge führe zu falschen Wahrnehmungen und falschem Handeln, was nach den kausalen Gesetzen des Karma zu leidvollen Erfahrungen führe. Eine dieser falschen Wahrnehmungen ist die Identifikation eines Egos bzw. Selbstgegenständen der materiellen Welt. Dritte edle Wahrheit Durch das Erlöschen der Ursachen erlischt das Leiden das restlose Vergehen bzw. Enden, Abkehren, Abtreten, Aufgeben und Loslassen. Genau dieses Verlangens SN 56,11 Die dritte edle Wahrheit beschreibt die Aufhebung von Leiden und stellt die bedingte Kette in umgekehrter Richtung und Ausrichtung zur Befreiung und damit Nirvana dar. Das Upanisasutta im Tipitaka führt das bedingte Entstehen des Ebelgegens der Ursache von Leiden, der Unwissenheit, an und beginnt mit Kernursache des Leidens und der zweiten edlen Wahrheit. Und was ist deren Grundvoraussetzung? Unwissenheit sollte gesagt werden. Gerade so als ob Götterregen in schweren Tropfen schütten und Donnerschmettern in den oberen Bergen. Füllt das Wasser die Hänge hinunter fließend der Berge kluften und spalten und rinnen. Wenn der Berge kluften und spalten und rinnen voll sind, füllen diese kleine Weiher. Wenn die kleinen Weiher voll sind, füllen diese die großen Seen. Wenn die großen Seen voll sind, füllen diese die kleinen Flüsse. Wenn die kleinen Flüsse voll sind, füllen diese die großen Flüsse. Wenn die großen Flüsse voll sind, füllen diese den großen Ozean. In selber Weise. Gestaltungen haben Unwissenheit als deren Grundvoraussetzung Bewusstsein hat Gestaltungen als seine Grundvoraussetzung Name und Form hat Bewusstsein seine Grundvoraussetzung Sechsinnesträger hat Name und Form als seine Grundvoraussetzung Berührung hat Sechsinnesträger als seine Grundvoraussetzung Gefühl hat Berührung als seine Grundvoraussetzung Verlangen hat Gefühl als seine Grundvoraussetzung Festhalten hat Verlangen als seine Grundvoraussetzung Werden hat Festhalten als seine Grundvoraussetzung Geburt hat Werden als seine Grundvoraussetzung Stress und Leiden hat Geburt als seine Grundvoraussetzung Punkt und anstatt hier das Rad nochmals mit Unwissenheit zu ersetzen, kommt Vertrauen ins Spiel und ersetzt diese Unwissenheit Dieses bedingt dann, mit den Elementen, die aus der vierten edelen Wahrheit entwickelt worden sind, bis zur Aufhebung der Ursache des Leidens Unwissenheit Vertrauen hat Stress und Leiden als seine Grundvoraussetzung Freude hat Vertrauen als seine Grundvoraussetzung Verzücken hat Freude als seine Grundvoraussetzung Gestilltheit hat Verzücken als seine Grundvoraussetzung Wohl hat Gestilltheit als seine Grundvoraussetzung Konzentration hat Wohl als seine Grundvoraussetzung Wissen und Vision von Dingen, wie sie tatsächlich gegenwärtig sind, hat Konzentration als seine Grundvoraussetzung Ernüchterung hat Wissen und Vision von Dingen, wie sie tatsächlich gegenwärtig sind, als Grundvoraussetzung Nichtbegierde hat Ernüchterung als seine Grundvoraussetzung Befreiung hat Nichtbegierde als seine Grundvoraussetzung Wissen von Enten hat Befreiung als seine Grundvoraussetzung Leiden selbst oder besser sich dem stets Anwesenden Leiden bewusst zu sein, wird als die Ursache für die Umkehr desselben gesehen. Auf die Frage, was erlehre, antwortete Buddha deshalb in beidem zuvor und jetzt ist es nur Dukkha, das ich erkläre. Und die Beendigung von Dukkha, vierte edle Wahrheit. Hauptartikel, edler achtfacher Pfad und dieses ist die edle Wahrheit über den Pfad der Ausübung, der zur Beendigung von Leiden führt. Genau dieser edle achtfache Pfad, rechte Ansicht, rechte Entschlossenheit, rechte Sprache, rechte Handlung, rechter Lebensunterhalt, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Konzentration, SN 56,11 Die vierte edle Wahrheit beschreibt den Weg der Ausübung, der zur Befreiung führt. Diese Glieder werden zumeist mit dem Begriffen Sila, Samadhi und Penne umschrieben und als Abschnitte der buddhistischen Praxis bezeichnet. Während die ersten drei Wahrheit stets in dieser Welt vorhandene Wahrheiten sind, ist die vierte edle Wahrheit. Wie das genaue Aufgliedern der anderen, von einem Buddha abhängig einem Menschen, welcher nicht nur Befreiung für sich selbst realisiert hat, sondern auch in der Lage ist diesen Weg dazu dazulegen. Wertestellung Die Hauptströme des heutigen Buddhismus bewerten die vier edlen Wahrheiten unterschiedlich. Im Theravada, der sich auf den frühen Buddhismus bezieht, gelten sie als die wesentliche Zusammenfassung von Buddhas Lehre. Im Mahayana, der zweiten Drehung des Rades der Lehre, treten andere Aspekte in den Vordergrund, wie Lehre, Buddha-Natur und Bodhicitta. Im Mahayana, der dritten Drehung des Rades der Lehre, verschiebt sich der Schwerpunkt zu nur Geist und erweiterten Bewusstseinslehren. Die vier edlen Wahrheiten werden unterschiedlich interpretiert. In der Auslegung der Deutschen Buddhistischen Union lauten sie, Das Leben im Daseinskreislauf ist letztlich leidvoll. Ursachen des Leidens sind hier, Hass und Verblendung. Erlöschen die Ursachen, erlischt das Leiden. Zum Erlöschen des Leidens führt der edle achtfache Pfad. Der Religionswissenschaftler Michael von Brück vergleicht ausführlich buddhistische und christliche Glaubensvorstellungen. Im Gegensatz zum christlichen Missverständnis über Leiden sei nicht das Dasein als solches, sondern die verfehlte Haltung des Menschen zum Dasein-Dokka. Siehe auch Nirvana, Vipassana.